so geht los also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe überhaupt kein Verständnis für so manche Sachen wie zum Beispiel warum Freunde Freunde belügen ich war eben gerade bei der Schwester und die hat mir erzählt dass sie dem Herrchen vom Jack nicht gesagt hat dass er nicht zum Jobcenter muss ja also ich fasst das alle gerne warum lügen die Menschen selbst wenn sie befreundet sind belügen sie sich, betrügen sich ich kann das nicht verstehen jetzt wollte ich Jack hinbringen bei seiner Schwester und da habe ich das ja dann erfahren weil ich gefragt habe sag mal stimmt das dass dein Bruder von dir gehört hat dass die Sachbearbeiterin nicht da ist und er nicht hinfahren muss da sagt die ne versteht ihr was ich meine so denn mein anderer Freund der in derselben Straße wohnt ja der verarscht mich auch schon wieder ja weil ich kriege ihn weder über Handy noch über seine Home über Festnetznummer ja und so weiter dann wird es heiter ja so das sind schon Sachen die einen auf 180 bringen ja so und dann kommt noch das mit dem Bürgermeister ja dass man dann natürlich irgendwann den den Faden verliert und sich sagt kann doch alles nicht wahr sein weil eins ist doch wohl Fakt ja es kann doch nicht sein dass ich keine Wohnung bekomme hier von der Gemeinde versteht ihr was ich meine ja äh ich hab ihm so ja vorgelegt ja die haben die haben so ja das Schreiben von dem Dr. Munkwold ja meinem Arzt ja der mir das Ritalin verschrieben hat ja der hat ganz klar gesagt äh damals das Schreiben hab ich ihm vorgelegt äh da hab ich noch in Berlin gewohnt da stand drinnen dass es sehr schlecht für meine äh äh Zukunft wäre wenn man mich räumt und man hat mich trotzdem geräumt ja so das hab ich vorgelegt ja das hat keinen interessiert da hier äh äh hier in Sedin ja im Gegenteil der Bürgermeister hat mich schon so oft angelogen dass das zum Himmel steckt ja und ich sage Ihnen was Sie werden staunen lieber Herr Bürgermeister der BND hat sie nicht klein gekriegt ich krieg sie klein verstehen Sie weil ich habe äh mich ja schon erkundigt ja und habe gefragt beim Rechtsanwalt wie ist denn das hat der das Recht dazu der liebe Herr Bürgermeister mir keine Wohnung vermieten zu wollen ja weil zuerst Sie sind ja angeblich äh wegen äh ähm weil ich hier Schulden habe bei der Gemeinde nicht ich sondern eine Firma die mir gehört ja die hat Schulden ich der Frank-Jürgen Bienenstein der hat keine Schulden hier ja keine und auf dieser Tatsache hin hätte er mir ruhig eine Wohnung vermieten dürfen hat er aber nicht gemacht ja danach dann ein bisschen später hieß es ich soll einen Attest vom Arzt vorlegen habe ich gemacht ja habe ihm ein Attest vom Arzt vorgelegt ja nämlich das wo hier drin steht das jetzt schlecht wäre mich zu räumen ja okay von mir aus ja also ich will es nur jetzt also mir verjätet hier wohnen zu wollen ja ähm noch will ich das ja also verklagen werde ich ihn in jedem Fall weil ich lasse mich nicht als Arschloch hier hinstellen ja und das tut er ja er tut es ja er missachtet meine Person ja und das lasse ich mir nicht lasse ich mir nicht bieten ich bin ein Bürger wie jeder andere auch ja und er hat mit mir vernünftig umzugehen zumal ich mit ihm vernünftig umgehe mittlerweile das kann er nicht bestreiten ja und meine Einzelverhelferin war dabei als ich den Termin gemacht habe ja und die Sekretärin die hat das ist so unglaublich versteht mal was ich sage ja das ist genau das was mir ich wollte ja schon hinfahren aber ich hab mir gesagt wenn ich hinfahre dann flippe ich da wieder aus ja und bin also nicht hingefahren hab nur angerufen ich werde weiter belogen die Sekretärin sagt angeblich äh ist er nicht im Haus ja das ist natürlich Quatsch der ist im Haus der hat nur keine Lust dass ich dabei bin ja jetzt wollen die ja jetzt wollen die ja einen neuen Termin mal äh ohne mich ja und äh das geht aber um mich ja und das lasse ich nicht zu ja also entweder bin ich dabei bei dem Termin oder ich scheiße auf ihn und verklagen werde ich ihn eh ja ein Sozialhilfeempfänger lieber Herr Bürgermeister wird sie zu Fall bringen das bin ich Frank-Jürgen Bienenstein bringt sie zu Fall nicht der BND nicht der BND aber ich weil ich weiß aus sicherer Quelle dass sie mich als Privatmann sehen könnten wenn sie das wollten ja das wollen sie nicht sie belügen mich und das als als gewählter Bürgermeister ja ich 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 kann es immer noch ja nicht fassen wie schweinlich sie drauf sind ja wie hinterhältig und gemein sie sind ja das kann doch eigentlich nicht wahr sein ich habe ein recht auf eine Wohnung das klage ich ein seien sie sicher das mache ich wenn sie Glück haben dann ziehe ich nach Rügen aber verklagen werde ich sie trotzdem ja wahrscheinlich ja das weiß ich noch nicht ja kann doch sein dass ich das lasse ja weil mich das ankotzt ihr wie sie mit mir umgegangen könnte müsste ich mit Verachtung bestrafen verstehen sie und sie überhaupt nicht mehr beachten ja aber ich kann nun mal nicht anders ich habe ja auch Gefühle ja und ich habe ja gedacht dass sie mittlerweile mir nicht mehr Gram sind ja aber sie sind mir immer noch Gram und das nehme ich ihnen sehr übel das nehme ich ihnen sehr übel und ich nehme das auch persönlich verstehen sie ja das nehme ich sehr sehr persönlich und vielleicht bleibe ich jetzt mit Absicht hier nur um sie verklagen zu können das kann ihnen jetzt blühen das überlege ich mir noch ja nur um sie verklagen zu können bleibe ich hier weil glauben sie mir mal ja ich komme hier zurecht ja sehr gut so ja ja und äh was mir nicht passt ist ihre Art mit Menschen umzugehen ja denn ich bin ein Mensch ja und sie gehen mit mir um wie mit was weiß ich wie ist mir scheißegal ja wie ich weiß nicht dafür gibt es keine Worte wie sie mit mir umgegangen sind außer dreckig fällt mir da ein ja was haben sie mich belogen wie oft haben sie mich belogen ja ich bin jetzt hier drei Jahre ja sie kennen alle Umstände und bilden sich ein mit mir so umgehen zu können ich sag ihnen was ich bleibe hier ich hab das jetzt entschieden ich bleibe hier und verklage sie ja und da wollen wir mal sehen wer hier gewinnt das sind nicht sie die der da der Gewinner ist gegen den BND haben sie gewonnen gegen mich werden sie verlieren das sage ich jetzt hier raus das sage ich voraus ja die Klage mach ich seien sie sicher die Klage kommt und dann werden sie dafür büßen ja das ist doch wohl klar ja wenn ich mir vorstelle dass ich mit ihnen mal Mitleid hatte weil ich ihr Leid gesehen habe ja ich hab jetzt kein Mitleid mehr mit ihnen ja da können sie sicher sein ja das ist mir scheiße ja sie haben das jetzt sie haben sich das selbst zu verantworten und sie werden sehen ja ja sie müssen klein beigehen ja ja und ich komme hier zu einer Wohnung ja auch ohne sie verstehen sie ja aber ich will ja nicht ohne sie ja ich will ja auch nur da sein wo ich gewollt bin ja und äh da sie mich nicht wollen ja muss ich sie verklagen ja damit sie mich wollen haben sie das verstanden ne ne das geht in ihren kleinen dummen Schädel ja nicht rein ja okay ciao let's go oh oh Vielen Dank.